Ob das eine therapeutische Funktion hat, kann ich schwer beurteilen, weil ich kein Therapeut bin. Es kann sich natürlich in solchen Zeiten auch etwas Krankhaftes zeigen, wo man einfach merkt, okay, das sind Sachen, da muss ich wirklich rangehen, das, was nicht verarbeitet, ein Konflikt oder ein Abschied, eine Trauer, wo ich vielleicht bisher immer so schön die Steine draufgesetzt habe und gesagt habe, damit komme ich schon gut klar. Und vielleicht zeigt sich hier in so einer Zeit, wo ich selber noch mal im Mittelpunkt bin, damit bin ich noch nicht fertig, da ist noch Bedarf zu handeln und das lässt sich aber nicht hier erledigen, sondern an anderer Stelle. Und dann kann die gute Entscheidung sein, mit der man dann hier rausgeht, okay, ich muss mich darum kümmern, ich brauche da Hilfe, Unterstützung, ich will dieses Problem anpacken. Dann hat das wahrscheinlich so eine vortherapeutische Wirkung, die man am Ende natürlich gut tut, aber es ist ja nicht der Platz hier, sondern woanders. Das ist ja nicht der Platz hier, sondern woanders.